Moin Ja, kommt zu einem neuen Video Äh, ja Warum will ich einen Ping von 200? Ich hab keine Ahnung Wann klettern wir das Spiel nochmal, ich weiß wie das Spiel funktioniert Äh, ja Oh, irgendwie sagt ich Lol, die haben die Dark, die haben die Narkov-Animation geändert Oh lol, wie cool Äh Was testen für ne Laserwaffe Ich hab einiges verpasst Einfach nicht fragen Äh Naja, wie, wie, wie geht's weiter? Ah Gute Frage Ich weiß nicht, ich komm aktuell Was ist was Neues eigentlich? Ich glaub nicht Ob das hier Irgendwas was Neues Äh, ja, ich bin aktuell noch ein bisschen so, hm Was, was Aufnehmen betrifft Ich weiß Ich weiß Bisher Noch nicht so ganz Aktuell fehlt mir also ein bisschen Irgendwie fehlt mir aktuell ein bisschen die Lust zu Aber ich weiß auch nicht Lustige Zeit Und Und einfach alles aktuell Und ja, ich weiß auch nicht, ich hab Fehler gemacht, zu viele Let's Plays zu machen Statt Ich auf Eins zu konzentrieren So Und Ich weiß nicht, ob mein Problem war Dass ich immer Gesagt, ich mach mal 4, 5 Parts Oder 2, 3 Parts Was halt Kompleter Quatsch Stellt euch an sich eigentlich hingegangen Wird gesagt Da Ein Stündchen aufnehmen Zwei Stündchen aufnehmen Fertig Im Endeffekt zusammenschneiden Irgendwie, ja, hab ich es nicht Ich weiß auch nicht Und irgendwie war das mit dann doch ein bisschen zu Zu viel Und äh Ich weiß auch nicht Hat mich ein bisschen Ja Stört Genervt Keine Ahnung Weiß nicht, vielleicht werde ich Die Aufnehmen stehen Na vielleicht auch nicht Ich hab keine Ahnung Ich weiß nicht, wenn ich mal Versuchen auf einen Let's Play zu konzentrieren Ich weiß nicht, ob ich jetzt Resonant Evil Ich hab keine Ahnung Ja Ich weiß nicht, ob das ist, auf was ich mal Bock hab Was ist das denn? Ach, die hat jetzt gar nicht Ja, das ist jetzt auf jeden Fall die Granate, das ist klar Heilige Scheiße, das ist unbezise. Ah, ich hab keine... Ich kenn die jungen Sachen nicht. Nur 4 Minuten. Oh, es gibt wieder XP-Boost scheinbar. Oder? Keine Ahnung. Oh ja, 50 Tickets. Schön. Ja, ich denk, keine Ahnung. Ich wollte an sich noch 2 Folgen FIFA, 2 Folgen Just Cause und vielleicht geh ich hin und einfach Just Cause weiter auf, dass ich, keine Ahnung, heute oder morgen oder so, keine Ahnung, hingehe und sage da Stunden oder zwei Stunden aufnehmen, schneiden, hochladen. Muss ich mir nicht mehr rumgucken. Und das soll ich nur bei einem Let's Play durchziehen, damit man da besser und schneller dann durchkommt. Ich versuche mal... Weiß ich nicht. Ich finde es zwar cool, so Abwechslung zu haben, aber... Ich weiß nicht, wenn du das... Weil du das nicht hauptberuflich machst... Nehmt... 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 Ich glaube deswegen würde ich da echt lieber zu einem Let's Play jedes Mal tendieren so. Ich weiß nicht, es ist egal wie ich rosspringen und joa. Ja mal gucken, wie es mit dem neuen Star Wars Game aussieht, keine Ahnung. Das läuft scheinbar aktuell noch zu instabiler, damit man damit irgendwas anfangen könnte. Ansonsten gerne, aber aktuell läuft scheinbar noch richtig beschissen. Deswegen warte ich da noch ein bisschen. Ich kann nicht viel auf, wenn mir Sachen zu erklären, die ich weiß. Ich tue mal lieber ein paar neue Items erklären, die ich nicht weiß. Oh, Bot. Ist auch ein bisschen sad, dass auf dem PC so viele Bots mittlerweile unterwegs sind. Das gab's. Furcht, das ist jetzt mal gespielt ab nicht. Glaube ich. Bisschen sad, aber kann man nichts machen. Ne, ich nehm das hier noch etwas besser. Cooler. Weißt du, ist einfach eine Glückskatze? Ich nehm sie mit. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht kommt doch... Vielleicht in der nächsten Zeit mehr hier fahren oder was anderes. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht so als ab und zu mal zwischendrin so. Du wirst... Das ist ja keine Spade. Das ist ja nur... Keine Ahnung. Eine Runde oder so. Die ich aufnehme. Das ist ja nix. Das ist ja praktisch fast nix dabei. Aber Spade hätte ich wahrscheinlich nichts. Das muss ja nix dabei sein. Und jetzt? Mrrrr. Mrrrrr. Mrrrrrrr. Mrrrr. Mrrrrrrrrr. Mrrrrrrr. Mrrrrr. Mrrrrrrrrr. Mrrrrrrr. Mrrrrrrr. Mrrrrr. Strawberry müsse ich glaubw wieder ein Bot gewesen sein, vom Namen her. Oh, an sich bockt das Game halt schon. Macht schon Spaß. Die meisten nur ein bisschen aktiver spielen sollen. Die Laserverstreu zwar richtig ekelhaft heftig, aber sie ist schon irgendwie geil zu sein. Die Katzen, ich weiß nicht, was die machen. Wahrscheinlich auch so ähnlich Granate, nur ein bisschen heftiger Explosionsradius oder sowas. Das ist die blöde Hühnerwaffe, die mag ich nicht. Ich liebe ja diese Waffe, ne? Ich liebe diese MP. Das war gerade ein echter Spieler. Hm. Hm. Oh, 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 oh. Was ist du für ein ekelhafter? Ja, diese Sniper-Spam- und Schrufen-Spieler, ne? Brr! Dass es die immer noch gibt. Wir leben dann noch. Vier Stück. Lecker halt. So, zwei andere noch. Einer noch. Jawoll. Schön. Level 29. 28. 29. Da bleib ich mein Scheiß. Ja, auf jeden Fall würde ich erst mal so tatschen mit den Landspaces, das jetzt anders aufnehmen. Mann. Ich habe auch keine Zeit gehabt. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mal da. Ich bin mir bis dato noch unsicher. Deswegen mal gucken. Ich weiß es bisher noch nicht. Ich habe irgendwas im Vorschau-Sapport vorgeschaltet. Ich weiß es nicht was. Ich weiß es nicht was. Ah, hier ein Lemur. Ein Salamander. Ein Axolod. Ein Axolod. Brutal! Süß! Ja, wir haben echt wieder am Ding her. Ich glaube, Pistole zu Doppelpistole. Ich glaube, man, dass wir Demo haben, ich bin mir nicht sicher. Was heißt denn? Fotokabine. Tieren zufügen. Okay, das ist cool irgendwie. Wer hat irgendwas gespiegelt? Hahahaha. Ups. Na klar, so kannst du irgendwelche coolen Greenchain-Sachen machen, ne? Egal, da dauert rein. Das war's für heute. Das war's für heute. Bob Platt. Rangeslzwischen nurolos. Got Além.